Hallo, ich bin Gianni Tinguino. Ich habe vergessen, das Mikrofon anzuschließen, weshalb ich das Intro gleich nochmal neu aufnehmen muss. Ich trottel. Viel Spaß beim Video. Gut. Du, ich glaub, du vibrierst, könnte es sein. Kaya. Hallo, Kaya, falls du dieses Video siehst, du rufst gerade an. Wir können gerade nicht. Wir machen gerade hier Bodenverlegen. 2022, Video Nummer 1. Herzlich willkommen hier irgendwo um nirgendwo, so wie immer. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben einen Kunde, der hat uns angerufen und gesagt, ey Leute, ich habe eine bodenlose Frechheit bei mir und das muss dringend geändert werden. Staub, Feuchtigkeit, Pfützenbildung, ich kann es nicht mehr ab. Außerdem, ich habe das fließen lassen vor ein paar Jahren, als ich das Haus gebaut habe. Langweilig. Ich brauche irgendwas anders. Dann habe ich gesagt, da bist du bei uns richtig. Der wartet jetzt auch sogar schon seit drei Monaten, weil das war erst ein Motor Show, danach war Inventur, danach waren Betriebsferien und jetzt sind wir hier. Und wir freuen uns. Schauen wir uns mal kurz hier die Garage an. Wir haben ganz normale Türen, die muss man dann wahrscheinlich ein bisschen hochsetzen. Auch da gucken wir nachher mal rein. An und für sich haben wir gerade Wände, also kein Hexenwerk. Wir haben hier eine Regenrinne noch. Und wir haben das, was wir ganz oft sagen. Es gibt links und rechts Wände neben dem Tor. Viele glauben uns das nicht, aber es ist so. Dieses kleine Maß, und sei es doch noch so klein, es ist wichtig für uns. Das heißt, wenn ihr uns diese Maße schickt, jedes noch so kleine Maß. Tiefe, Breite und die Wand macht da. Gut, ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich kriege jetzt noch kurz ein paar Bilder, wie die Garage momentan aussieht. Dann kommt Zwischeninterview. Ihr kennt es ja, ihr guckt ja unsere Videos schon längers. Alles bleibt 2022 genau so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rotteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Fangen wir an? Ja. Gut. Bis später. Wie fangen wir an? Wir haben hier ein Expansionsteil. Wir haben diese Garage praktisch geteilt in zwei Flächen, wegen zwei Fahrzeugen. Wie fängt man am besten an? Man vermittelt praktisch die Garage. Einmal messen, einmal die Mitte rausmachen. Dann kann man sich das hier so zusammen machen mit dem Expansionsteil. Hier sieht man auch nochmal wunderbar die Kanäle, wo die LED nachher drin liegt. So, dann hat er Sandro folgendes gemacht. Der hat hier, wenn du mal runter gehst, ja. Der hat hier angezeichnet, wo ist die Mitte von dem Expansionsteil. Wie geht es nah hin? Das heißt, wir schieben das hin, dass die Mitte genau da ist. Jawohl. Dann Tor runterlassen. Und dann an die Lippe dranschieben. Natürlich noch bedenken, dass das Seitenteil dran muss. Das heißt, ich tue es zurück. Seitenteil dran. Tor zu. Dranschieben. Fertig. Erledigt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sonst stimmt nachher gar nichts mehr. Deswegen, kurze Info vorab. Ja, so streift er weniger. Mal gucken. Mit Sicherheit. Ja, ja. Kein Problem. Wir sind hier. Um was geht es? Ausmittlung. Wir müllten gerade den Boden aus. Wir haben jetzt bis zur Hälfte gelegt. Und dann haben wir ein bisschen mehr als die Hälfte gesagt, dann platzieren wir die Seitenteile. Um zu gucken, ob das auch mit der Gummilippe abschließt und tut. Beziehungsweise ja, mit der Aluschiene. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zur Aluschiene ein bisschen Abstand lassen lassen. Genau. Weil sonst würde er ja das Seitenteil aus dem Boden rausschauen. Das sieht dann, wenn das Graschentor zu ist, von außen sieht das ja nicht so gut aus. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir uns an der Aluschiene vorne aufhören lassen. Genau. Und dann haben wir das Graschentor runtergelassen. Passt perfekt. Und haben jetzt den Boden ausgemittelt an den Wänden, dass wir überall parallel sind. Und jetzt legen wir das letzte Drittel fertig. Und dann beginnen wir zu schneiden. Wie habt ihr das ausgemittelt? Weil ich schärfe doch schon eine Fläche. Ja eben. Also wir hüpfen meistens, als immer zusammen. Wir zählen eins, zwei, drei. Hüpfen zusammen in die Richtung. Oder wenn es halt präziser werden sollte, dann reicht es auch. Oder wir haben es halt dann so mit dem Fuß gemacht, so ein bisschen draufgeschlagen in die Richtung. Das langt dann auch schon. Oder halt manuell ziehen. Größere Schrecken ziehen. Genau. Und halt zu zweit mit Meterstäbe. Er an der Seite, ich an der Seite. Messen, sagen und dann muss man halt rechnen, wohin muss man. Genau. Richtig. Genau. Cool. Das machen wir das letzte Drittel. Wie lange habt ihr das gebraucht für das hier? 12 Minuten. 12 Minuten. Die Garage hat 44 Quadratmeter, sagt der Performance-Low-Fan. Also das sind wir jetzt bei 130. Ja. 30 Quadratmeter. 30 Quadratmeter. 12 Minuten. Ja. Mit was kann man das denn groß machen? Die Problematik mit den Expansionsteilen, weil Expansionsteile haben natürlich ein bisschen Weichmacher drin. Weil wie der Name schon sagt, das Teil soll expandieren. Das heißt, bei Wärme... Wenn die Bodenplatten ausdehnen, genau, die expandieren dann die Bodenplatten, dann solltest du das aufnehmen. Genau. Und die biegen sich immer wieder oder dehnen sich immer wieder in die Ursprungsposition zurück. Das sieht erstmal ein bisschen wild aus. Da denkt man, oh. Aber wie man sieht, die biegen sich wieder zurück. Genau. Und dadurch, das ist noch unser altes Stiftsystem, was auch aber überhaupt gar kein Problem ist. Also bei Expansionsteilen, der Endes macht es mit einem Hammer. Ich mache es immer manuell. Das bleibt jedem überlassen, wie er es selber machen will. Ich lufte die bestehende Bodenplatte ein bisschen an, weil ich muss ja mit der Öse in den Stift rein. Hebele den zuerst rein und dann drücke ich die bereits montierte Bodenplatte, drücke ich die Stifte mit den Daumen in die Öse so rein. Nicht irgendwie von oben. Dann kommt man in die Richtung und dann spaltet man den Stift in der Mitte auf. Und das ist das Problem oder der Fehler, was die meisten machen. Also zur Öse, zur bestehende Platte mit dem Daumen schön reindrücken. Und dann passiert da gar nichts mehr. Mit Stiftspalten meine ich, wenn man da auf die Öse kommt, auf die Kante von der Öse, weil der ist hier gespalten, dann spaltet der sich so und bricht. Und das soll er natürlich. Der ist jetzt aufgewogen. Einfach wieder ein bisschen zumachen und deswegen schön sanft mit Gefühl in die Öse eindrücken. Und dann ist das... Warum wusste ich, dass er an der Stelle lachen muss? Ich mache es da auch immer so, ich gehe erst in den bestehenden, klicke ich ein. Also und danach, weil das Expansionsteil ist sehr flexibel. Dann kann man das ein bisschen randrücken, wenn es ein bisschen fehlt oder halt einfach sich so zurechtdrücken, wie man es braucht. Genau, das war's. Das war's. Also Expansionsteil ist wirklich keine Kunst. Und man braucht bloß ein bisschen Gefühl und Geduld. Dann passt das. Genau. Genau. Ja, Performance for Friends, wir sind jetzt fertig mit Verlegen. Fläche waren 40 Quadratmeter, haben wir verlegt gehabt in 12 Minuten oder ihr besser gesagt. Genau, ja. 12 Minuten Zuschnitt haben wir jetzt noch gehabt. Mit Pausen und allem drum dran haben wir jetzt 2 Stunden 15, kann man sagen, gebraucht. Und mit Dreh. Ja, mit Drehen und allem drum dran. Also man könnte sagen. Rein Boden eine Stunde. Eine Stunde. Lass es Stunde 15 sein. Genau, richtig. Wie schnell kann man eine Garage verändern mit einem geilen System, einem einfachen Klicksystem? Unser Performance for Friends ist mehr als begeistert. Der stand vorher schon in der Dings drin, hat nur genickt und gesagt, geil. Und das ist das, warum wir das machen. Mit Kleinigkeiten, viel bewegen, viel verändern. Und ja, im Prinzip gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir hatten schöne gerade Wände. Das heißt, wir konnten den Maß nehmen mit unserer Schneidemaschine, die ihr auch im Video im Schnitt gesehen habt. Die kann man auch bei uns mieten. Das heißt, ihr könnt die für einmalig 150 Euro die Schneidemaschine mieten. Der Vorteil an dem Ganzen ist halt, ihr stellt einmal das Maß ein, knackt die durch und dann habt ihr das halt schnell zugeschnitten. Wie wenn ihr das jetzt mit einer Stichsäge macht, wo ihr jedes Mal anzeichnen müsst. Keine Ausfranzlungen und sauberer Schnitt, genau, saubere Kante. Und das Ganze für 150 Euro inklusive Versand. Sprich, wir schicken es euch und holen es wieder ab. Das auch zur Info. Ansonsten, ja, sage ich willkommen in der Performance Floor Familie. Und wie immer mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Wir wünschen euch was. Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir sind nächste Woche, sind wir dann bei Essen oben, beim Sauerländer. Die Woche drauf sind wir dann auch wieder unterwegs Richtung München. Das heißt, es geht Schlag auf Schlag jetzt bei uns mit Verlegen. Wir freuen uns auf dieses Jahr mit euch. Bis dann, ciao. Eins habe ich vergessen. Was wäre es mit einer kleinen Garage ohne Auto? Deswegen holen wir jetzt noch das Auto rein. Was wäre es mit einer kleinen Garage? Was wäre es mit einer kleinen Garage? Was wäre es mit einer kleinen Garage? Ich konnte es cama nicht fit, man. Das war's mit einer kleinen Garage, h Opera登録. We will see